Okay, das ist kein Krankenhaus, das ist eine Militärbasis. Okay. Deswegen habe ich auch so viele Waffen gefunden. Dreckiger... Dreckszombie, hör mal auf mich da mal hier rumzuschieben. Ich muss doch hier was finden, was zu essen, Brot zu mäßen, Brot zu mäßen. So, da vorne ist das Krankenhaus. Ich hoffe, dass ich da was zu essen finde. Ich meine... War ich hier schon? Weißt du, was ich mir wünsche, was man hier noch machen sollte und könnte? Was denn? Sich hinrichten. Alter Schwede! Da ist ne Wasserflasche! Leer! Nein! Voll! Ne! Trink alles, Freund! Mach das... Was... Also, wenn du hier nichts zum Anziehen findest, ne? Bist du selbst dann schuld. Ja! Hier ist... Die Hölle los, was Klamotten angeht. So! Die haben sich... Die haben sich hier alle nackig gemacht. Ich lauf hier immer noch ganz... frei... rum... ohne... So was schon mit Absicht. Mit Ankündigung. Mit Absicht, ja. Mit Ankündigung meine ich doch. Hier liegen Klamotten rum. Oh, eine Tomate. Ach, was zu trinken. Ich... Trink alles, mein Freund. Trink! Jetzt muss ich nur noch was zu essen finden. Dann bin ich happy. Aber sowas von! Dann komme ich hier auch entgegen. Hahaha! Ich bräuchte... auch was zu trinken. Was haben wir hier? Green Down Jacket. Nö. Da sind Schuhe. Ein Hut. Ein Hut? Ja. Der Schrank stand hier aber immer noch nicht vorher. Noch was zu trinken. Ja gut, verdursten werde ich jetzt wohl nicht mehr. Ich sehe hier noch... noch eine Dose rumstehen. Hast du was zu essen? Ich? Haha! Du bist was zu essen, genau. Ach so! Das ist ein Sui-Kid. Noch was zu trinken. Jetzt bin ich aber nicht mehr durstig. Ähm... Ich weiß nicht mehr, wo ich herkam, aber hier ist ein Shop. Was war denn hier? Ein Walkie-Dawkey? Für ein Pfeile? Oh! Eine Tomate! Die... Die koche ich jetzt! Du willst eine Tomate kochen! Die kann ich nicht kochen. Dann würde ich dir aber auch sagen, dass du die nicht kochen kannst. Sag du mir nicht, was ich mit meiner Tomate machen kann. Also eine Tomate ist doch viel geiler ungekocht als gekocht. Komm. Ich mag Tomaten ja sowieso nicht so. Ich bin kein Tomaten-Fan. Was sehen wir denn hier alles? Was ist das? Munition. Hier liegt nur Munition rum und ganz viele Karten. Beschwer dich doch nicht. Ja, ich hab doch keine Waffe! Ja, aber ich... Kann sie auch ruhig mitbringen. Äh... Shotgun-Munition. Ich nehme sie mal mit. Was ist das? Was ist das? Oh, eine Kiwi. Was sind wir hier noch? Das Traurige ist, ich stehe hier vor so einem... Vor so einer Wending-Machine. Vor so einem Automaten. Das funktioniert nicht. Uns geht nicht. Das ist Traurig. Ich fände das cool, wenn man die kaputt hauen könnte und dann man Sachen bekommt. Ja. Einfach alles zertrümmern und mitnehmen. Ja. So. Der letzte... Ich hab die Abstellkammer gefunden. Ja. Ja. Taktischer Speck. Spektige Bacon. Komm, machen. Ob. Aber das kann ich doch jetzt in den Kochtopf geben. Warum kann ich das nicht in den Tochtopf geben? Wahrscheinlich... In den Kochtopf geben. Wahrscheinlich ist Kochtopf nur für, ähm... Halt... Zum Beispiel... Ähm... Dann... Dann esse ich's jetzt so. Ist alles... Warum liegt denn hier geöffnete Sardinen? Ich esse jetzt mal. Auch hier so... Ne? Kiesst du jetzt mal ein bisschen? Ja, mach das. Ich schieb mir jetzt ein Milky Way rein. Ein Milky Way. Milky Way find ich gut. Oh, oh, oh. Was hab ich denn da unter der Theke gesehen? Was ist das? Dünger und... Spaghetti. Kannst du ja mal probieren, ob du das kombinieren kannst. Lieber nicht. Ich hab die Vorratskammer gefunden. Oh, hier liegt überall Dünger rum. Was ist da los? Ach, ein Dosenöffner. Dünger. Streichhölzer. Ach so, hier war ich schon drinnen. Oh, da liegen irgendwo Crisps. Nehmen sie jetzt mit. Warum nimmt er die Crisps nicht mit? Den mag er vielleicht nicht. So, jetzt. Die mit ihrem dreckigen Kompass, ne? Noch ne Wasserflasche. Oh. Da ist ein Turm. Ein Feuerwehrturm. Wenn du bei mir gleich einen Schuss hörst... Bist du tot? Ja. Oh, ich bin im Himmel. Hier ist alles. Naja, fast alles. Hier ist ein Inventar mal wieder kaputt. Ja. Hier liegen Crisps und ich kann sie nicht mitnehmen. Wenn ich das hier ziehe... Oh, hey, sehr schön. Oh, es ist gerade ganz schlecht, was ich hier mache. Ich stehe mitten in der Schussbahn davon. Ich stehe einfach... Nein, nicht beenden. Mitten auf dem Feld. Oh, hier sind so viele fucking Zombies, Alter. Nochmal Reiskrisps. Ich krieg die nicht unter. Fänd das Spiel auch ganz cool ohne Zombies. Einfach nur so überleben. Ich brauch eine neue Hose, ich muss meine alte wegwerfen. Ähm... Ja, ich hab keine... Dings, ich hoffe, ich find da jetzt... Äh... Rags. Oder irgendwie sowas. Oh, 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 oh. Da ist ein Typi. Also, ein Spieler. Ein Mensch. Ja. Dann sind jetzt auch wieder ein paar mehr hier. Oh, fuck, Alter. Das kann doch nicht sein. Ich verblute hier jetzt, oder was? Und dann kriegt er einen ganzen Kackblut, den ich nicht... Ich komm dir mal entgegen. Ja, ich bin gleich eh tot. Oh, da ist ein First-E... Natürlich. First-Eight-Kate und nix drin. Ach, nur ein... T-Shirt oder sowas. Ups. Ups. Ich weiß nicht mehr. Uah, nicht schlagen. Toll, jetzt rennt er mir hinterher. Ja, er rennt mir hinterher. Packt mir gleich... ...nen Kopf rein, oder so. Ich bin bewusstlos. Und ich bin tot. Er hätte mir auch helfen können, der Penner. Ja, mehr Loot für ihn. Ja, weiß, was ich dabei hatte? Nur zu fressen. Das reicht. Der ein oder andere würde dafür töten. Du zum Beispiel vor zehn Minuten. Genau. Jetzt nicht mehr. Aber vor zehn Minuten? Ja, durchaus. Mal gucken, wo ich jetzt rauskomme. Wenn's ne Scheißstelle ist... ...würde ich sagen, war Schluss für heute. Mhm. Wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Ziemlich lang. Drei Stunden? Ja, kommt hin. Äh. Okay. Da ist mehr auf jeden Fall. Das finde ich schon mal ganz gut. Was ist denn hier für ein Städtchen? Ach, guck mal, eine Pistole ist hier auch noch. Ein Zombie. Ein Zombie. Ein T-M-T-M-Roh-Pack-N. Ein T-M-T-Roh-Pack-N. Ein T-M-T-Roh-Pack-N. Ein T-M-T-Roh-Pack-N. Ich möchte gerne irgendwo raufklettern. Keiner im T-M-T-Roh-Pack-N. 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 wenn er zum Bekundum stehen damit Platt ich höre ihn Da. Okay. Ich bin voll ausgerüstet. Mal wieder. Endlich mal wieder. Ich blute. Oh, der Feuerlöscher ist so scheiße. Das kann doch nicht sein. Der muss doch voll wehtun. Prinzipiell schon. So, jetzt ist er kaputt. So, die schaut aus. Ich muss. So. Dann hab ich gesagt, wie heißt das? Und? Was mit NT, ne? Mhm. Hm. Äh. 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 Gibt nicht. Ach, jetzt habe ich eine Waffe gefunden. Die ist der letzte Rotz. Das heißt? Ich habe gerade versucht, einen Zombie damit zu erschießen. Das hat nicht funktioniert. Was ist das denn für eine Waffe? Die Sparta 22. Das ist so ein Luftgewehr oder was? Low-Cost Slide Recoil and Small Noise Signature Für Kleintierjagd Ich weiß nicht, wo ich hier bin, keine Ahnung Aber ich würde sagen, da wir jetzt schon drei Stunden aufgenommen haben oder so Ist doch langsam mal gut Ja Okay Dann, ich geh schon mal raus Beenden So Ich leg mich noch an einen sicheren Ort irgendwo Ich hab mich einfach irgendwo mitten in die Pampa gestellt In der Hoffnung, dass es sicher ist Das ist da, wo ich bin, da geht eh keiner hin, glaub ich Ich glaub, ich hab was gefunden, wo ich mich abstellen kann Ja, abstellen Ich stell mich hier ab So Geparkt bin ich Sehr gut Dann Ähm Ja Hoffe ich, dass euch die Aufnahme heute gefallen hat Und ich hoffe, dass du auch Spaß hattest Ja Ja Ich fand's sehr interessant War viel los Ja Auch wenn wir oft gestorben sind Ja War aber besser als beim letzten Mal, find ich zum Beispiel Es war spannender Ja 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 Wir sind öfters gestorben Ja Wir haben unseren ganzen Lut verloren Ja, vor allem das Schöne, dass ich gefunden hab Ganz zu Beginn der Aufnahme Na gut Dann Äh Ja Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao Ciao